Ernsthaft? Da ist einfach die Kiste, ohne dass da jemand dran ist? Jetzt sagt mir nicht, dass ich die jetzt krieg. Okay. Was ist das denn? Was war das denn? Ich dachte mir, ich farm das jetzt ewig. Ich flieg da einmal hoch. Was war denn das gerade? Ich flieg da einmal hoch und krieg halt einfach die Kiste. Ist das dumm. Ja, du kannst sie wieder einladen. Das hat sie erledigt.